Wissen wir das? Ist dieses eine Prüfung oder ist dieses eine Strafe? Das ist sehr leicht festzustellen. Wenn eine Person eine gottesfürchtige Tat macht und es passiert etwas dabei, dann ist dieses ohne Zweifel eine Prüfung. Und wenn eine Person eine Sünde macht und aufgrund dessen passiert was, wegen dieser Sünde, dann ist das ein Zeichen der Strafe. Eine Person, er will die Hijra vollziehen, die Ausbanderung. Und auf dem Weg wird ihm sein Geld geklaut. Eine Person ist beim Hajj und während er beim Hajj ist, wird ihm sein Portemonnaie geklaut. Hier sagen wir, das ist eine Prüfung, weil er hat sich bei einer gottesfürchtigen Tat befunden und so musste er diese Prüfung erleiden. Aber eine Person, er macht Sinah und wird aufgrund dessen von Allah mit AIDS geprüft, dieses ist eine Strafe. Eine Person ertrinkt Alkohol und daraus entsteht eine Krankheit, so ist dieses eine Strafe. Haben wir das verstanden, Odina Allahs? Wenn wir eine Tat machen, dann können wir sagen, ob dieses eine Strafe oder eine Prüfung war, weil das mit der Tat zusammenhängt. War das eine Tat von einem Gottesfürchtigen? Dann alles, was hierauf passiert, ist eine Prüfung von Allah. War das aber eine Sünde und aufgrund dessen, aufgrund dieser Sünde, ist uns etwas passiert? Dann hier wissen wir ganz genau, dieses war nichts anderes als eine Strafe. Und auch in der Strafe ist Barmherzigkeit, Allahs, dass wir zum richtigen Weg zurückkehren. Ein Diener weiß am besten über seine Situation Bescheid. Ist er ein Sünder durch und durch? Oder ist er eigentlich eine gottesfürchtige Person? Mal passiert ihm eine Sünde, aber in der Regel macht er keine Sünden. In diesem Fall, wenn er zu diesen Gottesfürchtigen gehört, dann wird Allahs, subhanahu wa ta'ala, ihn nicht so einfach bestrafen. Aber im anderen Fall, wo er zwar auch betet und fastet, aber viel an Sünden macht, So soll er wissen, dieses ist eher eine Strafe von Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem können wir es nicht genau sagen, aber die Regel ist, was wir erklärt haben. Herr – wiederholen